wir kommen jetzt zu zwei absoluten highlights in dem turnier für mich nämlich in der nächsten partie wurde ich gegen fabiano caruana gelost die aktuellen nummer zwei der welt weltklassespieler seit vielen vielen jahren und zu dieser partie kommen wir jetzt um mein team berlin hat gegen die ja das team hieß von caruana kompetenz akademie und die hat möglich an 1 caruana an zwei aronian an drei guckers aber dann vier siebrecht fünf husker und sechs ich glaube schneider also wir wussten wenn wir eine chance haben sollen gegen dieses team da müssen wir hinten die punkte machen und vorne einfach schauen was ist möglich so gegen fabiano caruana mit schwarz ist glaube ich eine der schwersten aufgaben im schach denn caruana ist einer wenn ich der best vorbereitetste spieler der welt gut es gibt sicherlich noch andere die da ein wörtchen mitzureden haben wie anis giri oder auch magnus carson aber ist unheimlich gut in der öffnung und ja 16 32 da kommen wir schon noch zu jetzt ganz ruhig ja und deshalb war es natürlich die frage wie komme ich aus der öffnung heraus das war die große frage und schauen wir uns mal an wie das gelaufen ist also schnell schacht team weltmeisterschaft 15 minuten plus zehn für jeden spieler gegen fabiano caruana italienisch auf dem brett es hat mich überrascht dass er italienisch hier gespielt hat weil da wusste eigentlich nicht so genau was ich da machen werde ich hatte das zwar gegen navarre gespielt aber navarre hatte mit läufer g5 gespielt und ich wusste nicht so genau in welche richtung er gehen würde spielt einfach die hauptwarte hier und dachte ich mir okay spiele ich auch die hauptwarte war ein bisschen sag ich mal schmerzhaft für mich weil ich jetzt informationen an meine gegner rausgebe die dann im klassischen schach vielleicht italienisch gegen mich spielen möchten aber ja was soll man machen ich wollte natürlich auch eine gute partie spielen gegen caruana so ist das nun mal ja tommy eins kurz hochade h3 es gibt hier sehr viele aufbauten systeme für schwarz ob man mit h6 spielt oder ohne h6 thomas das ist die absolute hauptwarte hier mein lieber läufer a7 erst einmal ist ein guter abwartezug springer bd2 und wow schon der zweite raid heute was ist denn los blumanda vielen lieben dank sonja maria blum dankeschön danke für den raid ja wir schauen uns gerade ihr kommt zu einem guten zeitpunkt freunde wir schauen uns gerade meine partie an gegen fabiano caruana gespielt bei der team schnellschach weltmeisterschaft in düsseldorf die gestern zu ende gegangen ist also gestern habe ich gegen caruana gespielt mit schwarz und wir sind gerade in der öffnungsphase habt also nicht viel verpasst läufer e6 ok läufer b5 das ist der hauptzug jetzt springer e7 das ist die idee hinter diesem system der springer soll auf bessere felder geführt werden der läufer steht auf a7 damit nicht d4 mit tempo kommt d4 springer g6 moin max wie du warst nicht bei mir von vornherein tilly tornado was ist denn da los geht ihm hier fremd ich bin geschockt danke dir danke dir sonja wobei eigentlich diese partie war besser würde ich mal behaupten aber gut egal beide waren sehr spannend läufer a4 weiß hat verschiedene züge hier läufer f1 ich hatte das jetzt auch nicht vorbereitet für die partie hatte es nur so dunkel im kopf ich wusste häufig spielt man springer h5 gut er macht läufer a4 jetzt springer h5 ist eine sehr reichhaltige stellung mal wieder sehr viele figuren auf dem brett springer f1 und jetzt springer f4 und dankeschön torben danke dir springer g3 und ich hatte es noch dunkel im kopf tatsächlich jetzt e schlägt d4 habe ich richtig erinnert und weiß sollte hier wohl mit dem springer schlagen aber er schlägt mit dem bauern und jetzt d5 im zentrum gegenstoßen er spielt e5 was ja der logische zug ist hier weiß kann auch andere züge spielen aber nach e5 steht denke ich schwarz vielleicht sogar schon besser ja computer sagt man ist ausgeglichen aber ich würde ja so langsam tippt es in die schwarze richtung die springer sind natürlich sehr imposant auf f4 und g6 und der läufer ist hier auch latent übt druck aus die weißen figuren sind noch nicht richtig im spiel ich sage mal so ich wäre lieber schwarz hier und ich war ja auch schwarz von daher hat das gut gepasst was hat er gemacht er hat geschlagen er hat läufer c2 gespielt ja das ist ein logischer zug würde ich mal behaupten läufer c2 so jetzt habe ich geschlagen muss ich gar nicht mal c6 ist auch ziemlich sinnvoll auch in zukunft mal den läufer auf diese diagonale zu bringen und ja ich habe noch keine eile zu schlagen auf e5 was soll weiß denn überhaupt machen der computer will den läufer direkt abtauschen das ist natürlich auch ich sage mal ist ein zugeständnis schon mal und genau hier sieht man das jetzt in solchen beiden kann der läufer jetzt zurückkommen und direkt auf dieser diagonale wirken und okay ist jetzt auch schon wieder was soll jetzt hier passieren läufer schlägt h7 okay es ist auch schon wieder ja kann sehr wild werden kann sehr sehr wild werden okay wir folgen bei der partie ich habe den natürlichen zug gemacht auf e5 geschlagen springer schlägt ihr fünf und jetzt dame f6 die dame rausgebracht die dame unterstützt hier gibt es auch ideen er muss abtauschen auf g6 im prinzip und ich habe mit dem springer wieder geschlagen ja springer schlägt h3 habe ich berechnet ich dachte nicht dass es möglich wäre aber tatsächlich man kann so spielen und jetzt jetzt auf g6 schlagen ja man kann so spielen turm schlägt e6 dame schlägt g3 es droht dame schlägt h3 turm e3 dame f2 ist auch spannend aber wohl am ende des tages besser für besser für weiß läufer d2 läufer schlägt d4 turm e2 dame f3 schacht turm g2 ui 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 läufer schlägt b2 okay wer weiß was hier los ist scheinbar wohl besser für weiß naja gut aber gut über den zug denkt man auf jeden fall mal nach ich habe springer schlägt g6 gespielt jetzt läufer e3 muss die beiden bauern verteidigen sehr logisch und jetzt turm e8 ja ich bringe den turm ins spiel auch das sehr logisch scheinbar nicht unbedingt der beste zug c6 auch hier aber turm e8 ist auch gut und die stellung die spielt sich eigentlich aktuell von alleine für für schwarz ich will c6 machen läufer b8 einen angriff starten wo spielt weiß ist super schwierig meine figuren sind alle versammelt beim weißen könig und da zeigt sich jetzt die klasse von einem spieler wie wie fabiano kauer hat jetzt lange nachgedacht relativ lange sage ich mal drei minuten zweieinhalb minuten und hat dann aber auch den besten die beste fortsetzung hier gefunden nämlich springer h5 jetzt habe ich dame h4 gespielt dame f7 vielleicht besser aber dann auch läufer schlägt g6 ja und wenn ich mir der damen schlage springer f4 und wenn ich mir den bauern schlage vielleicht auch springer f4 ja das ist es eben der springer wird verbessert ja und dame h4 dachte ich okay jetzt habe ich jetzt was will er denn jetzt überhaupt habe das gar nicht realisiert ja aber jetzt sehen wir die idee schlägt auf g6 und spielt trotzdem springer f4 und ich dachte das wäre nicht möglich weil ich auf f4 schlagen kann aber taktik natürlich nach turm schlägt f4 kommt g3 ja habe ich nicht gemacht hätte ich allerdings machen können ich habe das hier auch berechnet ich habe turm schlägt d4 überlegt g schlägt h4 turm schlägt d1 turm schlägt d1 a und jetzt nicht läufer schlägt e3 ja das hat mir auch nicht so gut gefallen sondern c5 das sieht natürlich auch spannend aus hier mit dem bauern dem läuferpaar aber wer weiß sehr schwierig zu bewerten und ja man kann hier auch damen schlägt h3 spielen läufer schlägt f4 und turm f8 ist auch spannend die qualität so zu geben auf die weißen felder zu gehen ist auch interessant ja auch vielleicht auch aus praktischer sicht gefährlich für weiß aber auch vielleicht gefährlich für schwarz ja hier soll es wohl vielleicht zum zur zugwiederholung kommen ja okay das ist auch so eine stellung da könnte man auch gut und gerne im langzeitschacht 20 minuten zu investieren hier habe ich neuneinhalb minuten für die ganze partie und muss dann natürlich eine entscheidung treffen läuft f7 habe ich gespielt nicht der beste zug aber ich denke ein vernünftiger zug g3 ja das war nicht so gut von kawana das war ein fehler er sollte dame d2 spielen scheinbar okay ja g3 das sichert zwar den springer aber schwächt auch den könig ein bisschen meine dame will sowieso zurück nach f6 h4 ja ich glaube er hat das hier mit turm e4 hat das irgendwie nicht gesehen oder was meint er nach der partie dass der springer h3 spielen will ja wollte springer h3 spielen und den springer nach g5 bringen so was aber selbst läufer d4 wäre hier gut aber läufer e6 hat er dann gesehen ist ein ziemliches problem denn jetzt noch springer g5 ist turm e3 schon gg wie hikau sagen würde fe3 dame f2 und dame g3 und ja das ist wird hier jetzt sehr bald matt von daher er hat ein problem mit dem bauern was habe ich gedacht was er hier macht irgendwie dame b3 dachte ich aber ja dame b3 dachte ich hier den b7 nehmen und ich habe jetzt folgende variante berechnen läufer d4 läufer d4 turm d4 dame b7 und jetzt turm f4 hatte ich überlegt gf4 dame f4 aber er hat da b3 ja den zuck hatte ich nicht gesehen aus der fern und dame b3 ich hatte nur turm e3 überlegt sieht auch sehr normal aus aber jetzt läufer e6 ja das hatte ich gesehen genau läufer e6 und das sieht gut aus für schwarz turm f1 und d4 hatte ich berechnet und turm g3 und läufer c4 ja das hatte ich gesehen ja aber dame b3 ist problematisch ja und jetzt okay jetzt verteidigt er hier mit dame g3 ist wohl genügend kompensation aber auch nicht mehr als das ich denke dame b3 wäre ein guter praktischer zug gewesen der computer sagt jetzt turm e8 einfach mal ja einfach den druck erhöhen das sieht natürlich auch schlau aus weil jetzt nach dame schlägt b7 läufer schlägt d4 habe ich hier die fesselung und ja sieht sieht unangenehm aus okay gut was hat er gemacht also das hat das war jetzt wirklich ein schocker das war ein schocker er hat fast drei minuten nachgedacht und spielt könig g2 ich dachte was ist denn jetzt los du lässt einfach den bauern stehen auf d4 was ist das denn für ein zug es kann doch nicht sein da ist jetzt hier irgendwas los dachte okay ich nehme den bauern weg so ihr seht es ich habe einen bauern mehr minus zwei das ist im prinzip eine gewinnstörung für schwarz läufer d4 turm d4 dmf3 so jetzt erstmal den turm auf die zweite rei gebracht ja warum denn auch nicht b3 das habe jetzt gemacht c6 ja denke ich auch sinnvoll aber ich kann eigentlich auch direkt vorgehen ich muss hier gar nicht so zögerlich sein ja ich dachte c6 erstmal alles safe aber das sind ja meine trümpfe in der stellung diese bauern insofern c5 sieht ein bisschen wackelig aus aber ja hätte ich hier spielen können schon ja was sagt er turm d1 turm d1 turm d8 ja die bauern die sollten die partie eigentlich entscheiden ok c6 dame e3 turm c2 ja gut man kann ja eigentlich so ein bisschen den augen nicht trauen dass ich jetzt mit schwarz eine gewinnstellung habe gegen kawana ist natürlich schon irgendwie muss man erst mal verdauen und jetzt macht er turm d1 es war auch schon wieder so ein zug den habe ich gar nicht kommen sehen ich dachte vielleicht macht jetzt dame e7 versucht hier irgendwie gegenspiel zu suchen dann kommt turm d1 so ein ganz passiver zug ich glaube das hat mich irgendwie ein bisschen da habe ich ein bisschen ich weiß nicht genau was jetzt los war aber ich habe hier unkonzentriert gespielt würde ich mal sagen oder irgendwie ich weiß nicht genau vielleicht ich war auch nicht mehr ganz frisch war die dritte partie am tag aber ja hier sollte ich turm d8 spielen turm d8 d4 ich habe die bessere zeit anderthalb minuten vorsprung auf der uhr und das ist wäre eine hervorragende gewinnchance gewesen ganz ganz klar ich habe turm d8 gespielt das war so ein zug der war quasi so ein bisschen aus dem handgelenk der zug ist vernünftig aber der turm gehört nicht nach e8 da ist nichts zu holen der springer verteidigt das ich krieg den auch nicht weg dass der turm macht hier nichts es bringt nichts dame d3 und jetzt habe ich den nächsten unsinnigen zug gespielt turm c3 ist auch noch alles okay aber warum stelle ich den turm nicht nach b2 zum beispiel oder oder mach weiß ich nicht dame c3 vielleicht sogar dame c3 ist auch gut dame b2 ist auch gut ja turm c3 da steht der turm falsch ja warum also die die züge habe ich so ein bisschen irgendwie ohne nachdenken gemacht einfach ja ich greife mal die dame an ich greife die dame nochmal an ja der turm steht da nett aber jetzt habe ich realisiert wie geht es jetzt überhaupt weiter wie geht es immer weiter jetzt und jetzt hatte ich einen aussetzer das war der einzige wirklich ja richtig fette aussetzer den ich hatte in dem turnier kam natürlich zu einem sehr sehr schlechten zeitpunkt gegen gegen kawana in der gewinnstellung was ich hier machen b5 zum beispiel den den turm noch mal stützen immer noch gewinnstellung eindeutig ich mein weiß hat ja auch gar kein spiel ja was mache ich d4 gott ich habe einfach so den bauern eingestellt da war ich ja ich war hier einfach zu wie soll ich sagen ich war hier zu fahrlässig nicht fahrlässig es gibt ein schönes wort aber es fällt mir gerade nicht nicht ein ich habe einfach den trumpf meiner stellung abgeschenkt einfach so ich habe nicht gesehen dass der ja ich dachte die dame deckt den alles gut aber kann natürlich geschlagen werden ja das war es war sehr sehr bitter denn auf einmal gehen wir von einer gewinnstellung auf eine in einer stellung der ja es wieder ausgeglichen ist und der eigentlich alles passieren kann ja ja es ist bitter weil ich meine das war jetzt wirklich mal eine goldene gelegenheit hier fabiano kawana zu schlagen nach wie vor ich habe eine minute mehr auf der uhr b5 nee 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 wenn es mit irgendwas mit vielleicht fällt es mir noch ein wenn das mit lassiv nämlich dass sie irgendein fremdwort naja egal jedenfalls muss ich mich natürlich jetzt erstmal die neue situation gewöhnen und verlieren will ich die partie logischerweise auch nicht dame d4 ja das war schon der nächste fehler ich sollte hier wohl direkt um c2 spielen vielleicht leger ja vielleicht leger na gut ihr habt abgetauscht und jetzt tom c2 das problem ist turm d7 ich bekomme früher oder später hier probleme auf der siebten reihe b5 denn mein könig ist tendenziell schwach wenn hier noch ein zweiter turm auf der siebten reihe auftaucht dann habe ich ein problem und er hat jetzt turm c7 gemacht das war zum glück ein bisschen ungenau glaube ich er muss turm d1 spielen und dann turm c7 ja weil nach turm steht a2 ja gut ja turm a7 die partien sind gewertet ja schnell schon turm d7 ist enorm stark läufer d5 will der computer machen ja so turm d5 turm f8 ja das habe ich vielleicht sogar gerechnet diese stellung hier ja das ist ja ich muss mit dem turm schlagen turm b5 ja der bauer geht verloren das sieht ziemlich unangenehm aus turm c7 und hier habe ich mich wirklich zusammengenommen habe eine minute überlegt und dann den besten zug gefunden darauf bin ich sehr stolz dass ich hier die verteidigung gefunden habe denn die störung ist sehr sehr grenzwertig turm d1 turm d7 ist enorm stark läufer e6 ganz ganz wichtiger zug der punkt ist der läufer soll das feld d7 kontrollieren und den turm nicht reinlassen er kann nicht turm e1 spielen wegen läufer h3 schach und ich gewinne den turm und wenn er auf g6 schlägt dann kann ich auch direkt meinen läufer nach d5 bringen habe hier ja zu viel spiel das geht auch gar nicht der turm schlägt a2 das habe ich während der partie nicht gesehen ja vielleicht leichtfertig würde es auch treffen ähm ja ja vielleicht auch nonchalant vielleicht auch das euge peter ja ja ok turm a7 ist der beste zug aber das ist schwer ich dachte er würde auf e6 schlagen ja ich dachte er würde auf e6 schlagen dann turm d1 aber turm f6 ja deshalb hat er es nicht gemacht könig h3 und jetzt turm c schlägt f2 und nach turm d7 turm f7 ja auch hier scheinbar geht noch vielleicht ein bisschen was aber er sollte im remieren so ok wie geht es weiter turm d1 jetzt ziehe ich den läufer nach f5 damit er nicht mehr geschlagen werden kann decke auch den bauern turm d6 und jetzt ist könig h7 die stellung die sieht vielleicht der computer sagt ausgleich aber hier ist noch sehr viel spannung drin ja diese türme ich habe auch meine ideen und der computer sagt doch läufer e4 eventuell jetzt muss er auch könig h2 machen das ist der einzige zug das ist auch schon verrückt ne könig h2 könig h3 turm schlägt f2 verliert ist eigentlich logisch ne springer schlägt g6 ist einfach matt und 2 ist eigentlich sehr logisch ja warum habe ich nicht warum habe ich nicht läufer e4 gespielt könig h2 ist dann absolut Pflicht ja turm schlägt f2 mit schach und jetzt könig g1 ja also darauf hätte er erstmal kommen müssen aber gut kawana der ist ein tier und das ist eben das problem dass ich jetzt hier die reihe verlassen habe und das sollte dann wohl irgendwie im dauerschach enden auf die eine oder andere Art und Weise ja zum beispiel jetzt hier direkt ist das dauerschach weil es kann nicht auf die e legen wegen läufer f5 denke ich mal ähm ja ja also läufer e4 könig h2 okay ich habe könig h7 gemacht auch eigentlich ein schlauer zug wie ich finde man kann sogar Züge machen wie a4 okay das ist natürlich crazy oder auf a2 nehmen okay könig h7 deck in den Bauern er macht g4 okay ich kann nicht gut nehmen wegen turm schlägt g6 aber ich dachte was ist denn jetzt hier los läuft e4 ist doch alles gut könig g3 turm c3 schach könig h2 turm f8 geht hier auf den Springer aber jetzt springer h3 und droht hier könig h6 einziger zug also ihr seht und wir haben jetzt beide nur eine minute wenig zeit auf der uhr sehr sehr scharfe stellung turm d4 es droht natürlich sehr sehr stark turm f3 wenn ich jetzt noch turm f3 spielen kann kann er aufgeben er muss den läufer angreifen turm d4 und jetzt aber trotzdem turm f3 ja das wollte ich auch einmal zeigen was ich hier überlegt habe ich habe ich ja ich habe turm a3 hier überlegt aber das ist nicht das ist nicht ausreichend also hier wäre es dauer schach aber er geht nach g1 und jetzt turm g4 turm dd7 ja das ist hier ja das ist nicht ausreichend weil am ende des tages geht weiß geht weiß auf den Bauern und das sollte dann denke ich verloren sein wenn er hier einen Freibauern bekommt das sollte verloren sein ja früher oder später ok künig h6 war besser ja so turm f3 turm e4 turm a3 künig g2 jetzt gewinne ich sogar einen Bauern aber mein turm steht schlecht ja spiro ist ok es passt schon danke ähm mein turm steht schlecht und mein künig ist immer noch so ein bisschen auf matt ja hatte ich auch so meine Sorgen dass er jetzt f3 macht turm c2 künig g3 ähm turm hh2 ja zum Beispiel turm ch2 ist schon verloren nach turm e8 aber gut das sieht auch komisch aus das sieht auch komisch aus äh turm h2 und jetzt turm e8 aber jetzt schach ja aber das war mir genau das verliert schon wieder ja turm das verliert schon wieder dieses schach verliert ich soll dieses schach geben aber das sieht so gefährlich aus hier aber jetzt einziger Zug turm c5 ah turm c5 rettet ja weil sonst ist matt turm e5 turm e5 könig e5 ok und wenn die Türme vom Brett sind das ist jetzt irgendwie remi ich habe auch einen Bauern mehr gerade aber er ist aktiv ist remi aber hier ah das ist äh ich glaube das hätte mich mehr ähm vor Probleme gestellt was hat er gespielt turm e7 so jetzt habe ich den turm zurückgebracht turm e5 turm zurück nach d3 turm e8 ja ihr seht 19 Sekunden gegen 25 das war natürlich jetzt sehr nervenaufreibend könig h7 dass ich hier auch nicht matt gehe man hat ja schon ein bisschen Angst dass der könig irgendwie matt geht turm e1 jetzt droht turm h1 aber gut ich hätte auch könig h6 machen können ich habe g5 gemacht turm e5 und jetzt turm d5 tauscht die Türme ab und gut er macht turm e5 ja ich habe jetzt überlegt ob ich turm d3 spiele turm schlägt g5 wäre auch okay gewesen aber ich dachte komm wir machen jetzt remi im prinzip habe künftig g6 gemacht turm d5 turm c2 aber kawana wäre natürlich nicht kawana wenn er irgendwie noch probiert weiter zu spielen also hat jetzt nicht hier geschlagen das ist tot remi die beiden werden sich auch noch abtauschen sondern spielt jetzt a4 aber gut ich habe jetzt b4 gemacht ich kann natürlich auch schlagen und turm c4 spielen und die stellung ist auch absolut tot remi eigentlich b4 war sogar so ein bisschen noch riskant weil er hätte jetzt könig f3 probieren können turm c3 könig e4 und zumindest in der blitzpartie wäre das glaube ich vielleicht noch ein bisschen trickreich gewesen turm a3 turm a6 ja das ist ja gut es ist irgendwie remi ja aber naja okay ja vielleicht ist es auch nicht so schwer vielleicht ist es auch nicht so schwer aber das also zumindest die partie geht noch weiter die partie geht noch weiter das ist jetzt auch nicht so ganz trivial na gut er hat turm f5 gemacht der hat es turm c3 turm f3 gut ich tausche natürlich nicht die Türme dass wir dass wir wirklich wer ist verloren ich denke schon ne selbst das selbst das ist remi selbst selbst das ist remi weil wir beide einen Tempozug haben und okay na gut selbst könig e6 ist hier remi alles remi alles remi remi so ja gut aber so ein turm in spiel mit mit 10 sekunden auf der uhr zu rechnen ist natürlich jetzt nicht mein mit so einem königs bauernes spiel zu rechnen ist jetzt nicht mein ding gewesen also habe ich den turm auf dem brett gehalten und hier ist auch absolut nichts zu machen für ihn ja deshalb hat er jetzt hier die züge wiederholt und ja habe ich remi angeboten wurde dann angenommen und damit haben wir das match gewonnen wir haben das match gegen dieses monster team mit kawana au nian gucash an den ersten drei battern gewonnen denn wir haben hinten bretter 4 bis 6 haben wir drei punkte geholt und ich habe das remi gemacht bretter 2 und 3 haben wir verloren aber ich habe das remi gemacht und damit haben wir haben wir dieses dieses monster team besiegt natürlich schade für mich denn der sieg war gut er war jetzt noch nicht man konnte ihn noch nicht ganz greifen ja es war jetzt nicht komplett aus oder so aber es war ein klarer bauer mehr und ich hatte mehr zeit auf der uhr das wären exzellente exzellente gewinnchancen gewesen insofern schade für mich aber trotzdem natürlich ein erfolgs erlebnis zum einen kawana man muss ja so sagen auszupräparieren quasi obwohl ich mich gar nicht vorbereitet habe speziell aber aus der öffnung heraus gegen einen der besten theoretiker der welt eine bessere stellung zu bekommen war schon mal ein gutes gutes ergebnis und dann auch hier wirklich auf augenhöhe zu sein worauf ich auch froh war dass ich nach diesem aussetzer wo ich den bauern verloren habe dass ich da trotzdem mich dann auch gut verteidigt habe dieser zugläufe i6 und dann auch in zeit noch cool geblieben bin von daher ich nehme viel positives mit aber es wäre natürlich die krönung gewesen hätte ich hier die nummer zwei der welt geschlagen das wäre natürlich ein absolutes sahnebonbon gewesen ich hoffe euch hat das video gefallen wenn dem so ist lasst gerne einen daumen hoch da abonniert den kanal und aktiviert die glocke dann seid ihr hier immer up to date darüber hinaus wenn ihr mich gerne unterstützen möchtet schaut euch einmal die youtube mitgliedschaft an alle infos alle vorteile davon findet ihr wenn ihr auf den button klickt bis zum nächsten mal das enables Vielen Dank.